Das kaputte Fahrrad Es war einmal ein Junge namens Ali, der in einem kleinen Dorf lebte. Er liebte es, Fahrrad zu fahren. Für ihn war das Fahrrad das Symbol der Freiheit. Jeden Tag fuhr er mit seinem Fahrrad durch die Straßen des Dorfes und entdeckte neue Abenteuer. Doch eines Tages ging Ali's Fahrrad kaputt. Ein Pedal brach ab und die Kette sprang heraus. Ali war sehr traurig, denn sein Fahrrad war eines seiner wertvollsten Besitztümer. Er konnte nun nicht mehr mit dem Fahrrad fahren, mit seinen Freunden um die Wette fahren oder einfach nur Spaß haben und das Dorf erkunden. Als Ali's Vater sah, wie traurig sein Sohn war, kam er sofort zu ihm. Ali's Vater sagte ihm, dass das Fahrrad repariert werden könne, aber sie bräuchten etwas Zeit dafür. Ali's Gesicht hältte sich etwas auf, er vertraute seinem Vater und hoffte auf das Beste. In den folgenden Tagen begann Ali's Vater, das Fahrrad zu reparieren. Er ersetzte das kaputte Pedal und reparierte die Kette. Es war keine einfache Aufgabe, aber er gab sein Bestes, um das Fahrrad wieder funktionsfähig zu machen. Nach einigen Tagen war das Fahrrad endlich repariert. Ali war überglücklich, als sein Vater es ihm präsentierte. Das Fahrrad sah aus wie neu und funktionierte einwandfrei. Ali konnte sein Glück kaum fassen und umarmte seinen Vater dankbar. Von diesem Tag an fuhr Ali mit seinem Fahrrad wieder durch die Straßen des Dorfes. Er war voller Freude und genoss die Freiheit, die das Fahrrad ihm gab. Er konnte wieder mit seinen Freunden um die Wette fahren und das Dorf erkunden. Die Geschichte von das kaputte Fahrrad zeigt uns, dass selbst wenn etwas kaputt geht, es immer eine Möglichkeit zur Reparatur gibt. Ali lernte, dass Geduld und Hoffnung wichtig sind und dass man auch in schwierigen Zeiten auf die Unterstützung der Familie zählen kann. Ali's Fahrrad wurde repariert und er konnte seine Freude am Fahrradfahren wiederentdecken. Es ist ein Beispiel dafür, wie man Herausforderungen überwinden und sich auf die Lösung konzentrieren kann. Die Ruhe des Waldes Es war einmal ein junger Mann namens Max, der das Stadtleben satt hatte. Der Lärm, die Hektik und der Stress waren für ihn zu viel geworden. Er sehnte sich nach Ruhe und Natur. Eines Tages beschloss Max, einen Ausflug in den nahegelegenen Wald zu machen, um die Ruhe der Natur zu genießen. Als Max in den Wald eintrat, spürte er sofort, wie sich seine Schultern entspannten und seine Gedanken zur Ruhe kamen. Er atmete den frischen Duft der Bäume ein und hörte das Zwitschern der Vögel. Der Wald war sein Zufluchtsort, ein Ort der Stille und des Friedens. Max wanderte auf den schmalen Pfaden und entdeckte die Schönheit der Natur um sich herum. Er bewunderte die majestätischen Bäume, die in den Himmel ragten, und lauschte dem beruhigenden Rauschen des Flusses. Die Ruhe des Waldes erfüllte sein Herz mit Freude und Gelassenheit. Während seiner Wanderung traf Max auf verschiedene Tiere, die im Wald lebten. Er sah Eichhörnchen, die geschickt von Baum zu Baum sprangen, und Rehe, die in der Ferne grasten. Max fühlte sich eins mit der Natur und genoss die Gesellschaft der Waldtiere. Inmitten des Waldes fand Max einen kleinen, abgelegenen See. Er setzte sich an seine Ufer und schloss für einen Moment die Augen. Er hörte das sanfte Plätschern des Wassers und spürte die wohltuende Energie des Ortes. Der See war wie ein Spiegel, der Max half, seine Gedanken zu reflektieren und zur Ruhe zu kommen. Nach einigen Stunden im Wald kehrte Max erfrischt und gestärkt in die Stadt zurück. Die Ruhe und Schönheit des Waldes hatten ihn tief berührt. Max beschloss, regelmäßig in den Wald zu gehen, um die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und die Ruhe der Natur zu erfahren. Die Geschichte von die Ruhe des Waldes zeigt uns die heilsame Wirkung der Natur auf unseren Geist und unsere Seele. Max fand im Wald Frieden und Gelassenheit, die er im Stadtleben vermisst hatte. Der Wald war für ihn ein Ort der Erholung und inneren Einkehr. Max entdeckte die Ruhe des Waldes und erkannte, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst und die Natur zu nehmen. Es ist ein Appell, die heilende Kraft der Natur in unserem hektischen Alltag nicht zu vergessen. Ein sonniger Tag Es war ein strahlender Sommertag, als Lena sich entschied, die Natur zu genießen. Der Himmel war wolkenlos und die Sonne schien hell vom Himmel herab. Lena konnte den Duft der blühenden Blumen in der Luft riechen und die warmen Sonnenstrahlen auf ihrer Haut spüren. Lena beschloss, einen Spaziergang durch den nahegelegenen Park zu machen. Sie genoss das Gefühl von frischem Gras unter ihren Füßen und das Zwitschern der Vögel in den Bäumen. Der Park war an diesem Tag voller Leben und Freude. Während ihres Spaziergangs traf Lena auf ihre Freunde, die ebenfalls den schönen Tag im Park verbringen wollten. Gemeinsam spielten sie Frisbee, lachten und erzählten sich Geschichten. Die Freundschaft und das Lachen füllten die Luft und machten den Tag noch strahlender. Als die Sonne höher stieg, beschlossen Lena und ihre Freunde, sich an den nahegelegenen See zu begeben. Sie breiteten eine Decke aus und legten sich entspannt auf den warmen Sand. Das klare Wasser des Sees lud zum Schwimmen ein, und sie planschten fröhlich im erfrischenden Nass. Nachdem sie ihre Zeit am See genossen hatten, kehrten Lena und ihre Freunde zum Park zurück, um das Picknick vorzubereiten. Sie breiteten eine bunte Decke aus und teilten sich leckere Snacks und erfrischende Getränke. Sie lachten, erzählten Geschichten und genossen die gemeinsame Zeit unter der warmen Sonne. Der Tag verging wie im Flug, und als die Sonne langsam unterging, war Lena dankbar für diesen wunderschönen Tag. Sie spürte, wie die Sonne ihr Herz mit Wärme erfüllte und ihr ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit schenkte. Die Geschichte von ein sonniger Tag erzählt von einem Tag voller Freude, Freundschaft und Natur. Lena und ihre Freunde genossen die Schönheit des Tages und schufen wertvolle Erinnerungen. Die Sonne war ihr Begleiter und spendete ihnen Wärme und Lebensfreude. Lena und ihre Freunde nutzten die Kraft der Sonne, um einen unvergesslichen Tag zu erleben. Es erinnert uns daran, die Schönheit der Natur zu schätzen und die kostbaren Momente im Leben zu genießen. Der alte Tisch In einem kleinen Antiquitätengeschäft stand ein alter Holztisch. Der Tisch hatte eine lange Geschichte und viele Geschichten zu erzählen. Er war von Generation zu Generation weitergegeben worden und hatte im Laufe der Jahre viele verschiedene Besitzer gehabt. Eines Tages ging ein junges Paar namens Julia und Markus in das Antiquitätengeschäft. Sie waren auf der Suche nach einem besonderen Möbelstück für ihr neues Zuhause. Als sie den alten Tisch sahen, fühlten sie eine starke Verbindung zu ihm. Der Tisch strahlte eine gewisse Wärme und Charakter aus, die sie anzog. Julia und Markus beschlossen, den Tisch zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen. Sie ließen ihn liebevoll restaurieren und gaben ihm einen Ehrenplatz in ihrem Esszimmer. Der Tisch wurde zu einem zentralen Stück in ihrem Zuhause, um das herum sich Familie und Freunde versammelten. Im Laufe der Zeit fanden viele besondere Momente am alten Tisch statt. Julia und Markus veranstalteten Dinnerpartys, an denen sie ihre Lieben um sich versammelten und gemeinsam lachten und aßen. Der Tisch wurde zu einem Symbol der Zusammengehörigkeit und des Glücks. Der Tisch hatte jedoch auch seine Makel. Er hatte Kratzer und Abnutzungsspuren, die von seinen vielen Jahren der Nutzung zeugten. Aber Julia und Markus betrachteten diese Spuren als Zeichen der Geschichte und des Charakters des Tisches. Sie liebten ihn umso mehr wegen seiner Unvollkommenheiten. Mit der Zeit wurde der alte Tisch zu einem Gesprächsthema für ihre Gäste. Jeder, der den Tisch sah, war neugierig auf seine Geschichte. Julia und Markus erzählten gerne von den früheren Besitzern und den Geschichten, die der Tisch erlebt hatte. Der alte Tisch wurde zu einem Symbol der Beständigkeit und des Erbes. Er erinnerte Julia und Markus daran, dass Dinge, die in der Vergangenheit geschaffen wurden, eine Bedeutung haben und weiterhin geliebt und geschätzt werden sollten. Der Tisch war nicht nur ein Möbelstück, sondern ein Teil ihrer Familie geworden. Der Tisch wurde zu einem Erbstück, das Generationen überdauerte und viele glückliche Momente erlebte. Er erinnerte Julia und Markus daran, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu würdigen und die Bedeutung von Gegenständen zu schätzen. Julia und Markus fanden in dem alten Tisch ein Stück Geschichte und machten ihn zu einem besonderen Teil ihres Lebens. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch scheinbar einfache Gegenstände eine Geschichte haben und uns verbinden können. Die Kiefern In einem weitläufigen Wald, umgeben von majestätischen Bergen, standen unzählige Kiefern. Diese Kiefern waren stark und stolz, ihre grünen Nadeln glänzten im Sonnenlicht. Sie waren seit vielen Jahren Teil des Waldes und hatten viele Jahreszeiten erlebt. Die Kiefern waren Zeugen von so vielen Geschichten. Sie sahen die Veränderungen der Jahreszeiten, wie der Wald im Frühling zum Leben erwachte, im Sommer grün und üppig wurde, im Herbst in warmen Farben erstrahlte und im Winter unter einer dicken Schneedecke ruhte. Sie standen zusammen, Seite an Seite, und waren eine Einheit in ihrer Beständigkeit. Die Kiefern boten Schutz und Unterschlupf für viele Tiere des Waldes. Vögel bauten ihre Nester in ihren Ästen, Eichhörnchen kletterten geschickt von Baum zu Baum und Rehe suchten Schutz vor der Hitze des Sommers unter ihrem schattigen Blätterdach. Die Kiefern waren Gastgeber für das Leben um sie herum. Einmal im Jahr kam der Frühling und brachte eine besondere Zeit für die Kiefern. Sie beobachteten, wie kleine Tannenzapfen an den Zweigen wuchsen. Mit der Zeit wuchsen diese Zapfen heran und öffneten sich, um ihre Samen freizugeben. Die Kiefern verbreiteten ihre Nachkommen im Wald und sorgten so für den Fortbestand ihrer Artikel. Die Kiefern standen fest verwurzelt im Boden und trotzen den Elementen. Sie überlebten stürmische Winde, schwere Regenfälle und Schneestürme. Jede Herausforderung stärkte ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Verbindung untereinander. Die Kiefern waren nicht nur Bäume im Wald, sondern auch ein Symbol der Beständigkeit und des Zusammenhalts. Sie lehrten uns, wie wichtig es ist, festzustehen und den Stürmen des Lebens zu widerstehen. Sie erinnerten uns daran, dass wir gemeinsam stärker sind. Die Kiefern sind ein Symbol der Beständigkeit und des Zusammenhalts, das uns daran erinnert, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen und festzustehen. Die Kiefern im Wald waren mehr als nur Bäume, sie waren ein Symbol der Gemeinschaft und Stärke. Es ist eine Erinnerung daran, wie die Natur uns wichtige Lektionen über das Leben lehren kann. Die Kiefern sind ein Symbol der Beständigkeit und Stärke.